Geht's um Heilung und Vitalisation. Da gibt's im Wald einen tollen Pilz. Wusstet ihr das schon? Der Birkenpoling am Baum ist, bis du ihn isst. An abgestorbenen Birken findet ihr ihn meist. Und er ist unter anderem Heilpilz für den Geist. In den gängigen Pilzbüchern kam zu finden, könnt ihr ihn trotzdem in euren Speiseplan mit einbinden.